Samstag, der 18. Mai 2019. Willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Und am Anfang ist erstmal Luki der Wandere gegrüßt, der Juli ist gegrüßt, Sultan natürlich, dann haben wir noch den Razer, dann Geburtstagskind Killua, also Kali, also gerne mal ein paar Geburtstagsgrüße unten rein für Kali, dann Black Knight, der Styler und Eli ist gegrüßt. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein. Also, angefangen auf der linken Seite. Wir haben ein paar Featured-Sachen drin, die ich schon ein bisschen länger nicht mehr dabei habe. Wir haben zum einen hier den Kadel Team Leader mit dem Kadel Bow im Shop für 2000 V-Bucks. Wirkt ein bisschen low mittlerweile, so ein Skin für 2000 V-Bucks, muss ich sagen. Der muss schon irgendwas Besonderes haben, damit der irgendwie gekauft wird. Der hier war vor 23 Jahren das letzte Mal im Shop drin, genau. Passend dazu gibt es den, der ist ja irgendwann auch später gekommen. 800 V-Bucks und 800 V-Bucks geht eigentlich klar für so einen knuddeligen Gleiter hier, muss man sagen. Ist schon geil irgendwie, hat was Besonderes, so mit einem Jetpack hinten auf dem Rücken. Vor 47 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Und dann gibt es noch Kadel Pore, die Axt dazu, 800 V-Bucks. Die macht schon einen schönen Quietsche-Sound am Ende, vor 23 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Ja, dann beim nächsten Set geht es um Bandolette 1200 V-Bucks. Schade, dass dieser Munitionsgürtel kein Backpack ist. Das wäre nämlich richtig geil, irgendwas, was auch so nach vorne geht. Das fehlt irgendwie in Fortnite noch, so irgendwas, was so, keine Ahnung, ein Mantel oder irgendwie sowas, was nicht nur hinten dran ist. 1200 V-Bucks, vor 34 Tagen das letzte Mal drin. Passend dazu Machete. Auch nicht schlecht, Sound ist gar nicht so schlecht, Aufprall hört sich an wie eine Kokosnuss. Vor 34 Tagen auch das letzte Mal drin. Und Chopper natürlich, ebenfalls vor 34 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. 1200 V-Bucks. So, und dann haben wir natürlich, da gehen wir mal relativ schnell durch. John Wick ist natürlich da, 2000 V-Bucks, der ist immer noch da. Der wird auch erstmal bleiben, solange die Challenges noch da sind. In zwei verschiedenen Styles natürlich. Dann Simple Sledge dazu. Dann haben wir Assassin, das ist der Rap dazu. Gehen wir mal schnell durch. Sieht natürlich edel aus mit dem Schwarz, mit dem silbernen Akzenten auf jeden Fall. Absolut nice, 300 V-Bucks. Dann haben wir Bulletproof für 200. Und dann haben wir natürlich noch Be Seeing You, auch für 200 drin. Also, das ist das John Wick Set. Da fehlt noch die Frau, ich weiß gar nicht, wann die kommen wird. Da gibt es nämlich noch eine Frau, die gelegt ist, die Sophia. Gehen wir mal weiter. Daily Items haben wir. Shadow Ops drin, für 1500. Vor 34 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Auch ein geiler Skin. Die hat mal ein Backpack verdient, meiner Meinung nach. Also jetzt mal ohne Spaß. Die ist 1500 und epic. Also, da sollte irgendwie mal was hinzukommen. Dann haben wir Whiplash drin, 800 V-Bucks. Interessanter Skin auf jeden Fall, vor allem von den Haaren her. Die war zuletzt drin, noch vor 20 Tagen. Dann haben wir Digital Grayscale drin für 300. Ein Rap, der zum Tropic Trooper Set gehört. Also zu Bandolette. Sieht auch nicht schlecht aus, vor allem bei der Shotgun finde ich das nice. Muss man sagen. Ist schon eine coole Farbe, die man hier nutzen kann. Coole Tarnfarbe. 300 V-Bucks dafür. Dann haben wir Star Wand drin für 800. Erinnert mich ja übelst an Mario und an die Prinzessin. Weiß auch nicht wieso. Richtig krass wegen dem Stern wahrscheinlich. 800 V-Bucks war zuletzt vor 29 Tagen drin. Und dann haben wir noch zwei E-Mods. Im einen Ground Pound für 200. Vor 17 Tagen ist es jetzt noch mal drin. Und wir haben Bunny Hop drin für 500 V-Bucks. So war es jetzt vor 28 Tagen drin. Ist natürlich Traverse, das heißt, ihr könnt damit laufen. So sieht das Ganze dann aus, auch von hinten. Sieht schon lustig aus. Auf jeden Fall ein lustiger E-Mod. Ja, nichts Neues heute drin. Mein Highlight geht heute an Bandolette, muss ich sagen. Ich feiere die nämlich. Sie ist ein cooler Skin. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was euer Highlight ist. Dem ganzen Shop, weil wir zwei Feature-Sets dran haben und so. Ich gebe dem Shop heute nur eine 5 von 10. Ich bin nicht so geflasht vom Shop. Es sind ein paar coole Sachen auf jeden Fall drin. Die sich vielleicht schon nur ein Web-Gleich, muss ich sagen. Ist ziemlich nice. Und Bandolette ist auch geil. Und keine Team-Liner, wenn man es mag. Muss man halt mögen. Ist Geschmackssache. Deswegen 5 von 10. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr im Shop gehen würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne einen Like da. Lasst gerne einen Sub da. Unterstützt mich auch gerne mit dem Creator-Code, wenn es snipes. Und dann hören wir uns morgen zu einer neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.